So, Mira, jetzt guck mal, was die Mama hier noch hat für dich. Guck mal hier, ein Schloss für die Mira. Boah, guck mal, schick. Ja, da kannst du reingehen, Mira. Nee, geh ruhig rein. Nee, lass die Decke da mal drinnen liegen, Mira. Du kannst in das Häuschen reingehen, Schatz. Komm hier, komm hier rein. Mira. Mira.